Radio Melody im Gespräch. Spannende Interviews mit tollen Gästen. Immer auch zum Nachschauen auf www.radiomelody.ch Unser heutiger Gast ist im letzten Jahr so richtig durchgestartet. Vorher war er vor allem als Strassenmusiker, als Singersongwriter unterwegs. Und letztes Jahr hat er einen ersten Titel auf den Markt gebracht, heisst Herz unendlich. Und inzwischen geht es durch und durch für Daniel Sommer. Herzlich willkommen. Hallo, liebe Grüße in die Schweiz. Daniel, ich habe es gesagt, du hast lange Zeit auch Strassenmusik gemacht. Das stimmt so, glaube ich, oder? Ja, das stimmt. Das habe ich echt sehr, sehr viele Jahre gemacht und ich mache es heute auch noch gerne. Ich meine, jetzt natürlich im letzten Jahr war das sehr, sehr wenig, weil wir haben es ja alle mitbekommen. Corona, die Städte waren dicht und deswegen habe ich es jetzt eine ganze Weile nicht mehr gemacht. Aber ich habe das echt sehr lange gemacht und ich finde es halt echt immer super cool, da zu stehen und einfach die Reaktionen und Emotionen in den Gesichtern der Leuten halt direkt zu sehen. Und das Beste ist halt natürlich, wenn irgendwer da schlecht gelaunt durch die Fußgängerzone läuft und dann irgendwie mich da singen hört, rüber guckt und plötzlich dann auch irgendwie ein Grinsen, Schmunzeln im Gesicht hat und sie einfach freut und ab prompt irgendwie da bessere Laune hat. Und das ist natürlich das Schönste. Und dann bekommt man natürlich auch wirklich direkt auf irgendwelche Sachen Rückmeldungen. Hast du davon vielleicht profitiert im Singer-Songwriting? Definitiv. Also wie du es gesagt hast, man kriegt halt direkt ein Feedback und sieht direkt, was und wie es auch bei den Leuten ankommt. Und ich glaube, auf der Straße, also in diesem direkten Kontakt mit den Leuten sieht man halt am ehesten, was funktioniert und was nicht. Und ich habe zum Beispiel einen Song mal dort gespielt, der heißt Warum kann ich nicht beide sein? Der wird definitiv auch auf meinem Album dann anwesend sein, ist jetzt aber noch nicht veröffentlicht. Und den habe ich gespielt und dann kam eine ältere Dame auf mich zu. Ich hatte schon gesehen, dass sie die ganze Zeit irgendwie zuhört und habe dann während des Songs gemerkt, dass sie anfängt zu weinen. Und dann ist sie zu mir gekommen, hat mich umarmt und hat mir einfach nur Danke gesagt und hat mir erklärt, dass ihre Tochter kurz zuvor verstorben ist. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, dass es genau das ist, was ich da auch irgendwie machen will. Also ich möchte halt Leute berühren, ob das jetzt in freudigen Situationen ist oder auch in solchen Situationen, wo man mit der Musik dann auch in solchen traurigen Situationen beistehen und helfen kann. Und das war ein sehr schöner Moment auf jeden Fall. Dein erster Song, der so für uns Radiostationen bekannt wurde, war Herz auf Unendlich. Warum ging es eigentlich so lang, bis du mal irgendetwas auf den Markt gebracht hast? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe auch wirklich sehr lange vorher schon überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich habe auch überlegt, ob letztes Jahr mit Corona der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich habe gesagt, komm, jetzt musst du es einfach machen und ich habe es dann auch gemacht. Ich habe vorher viele, viele Jahre auf Geburtstagen, auf Hochzeiten viel Covermusik gemacht und habe dann aber gesagt, nee, komm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt will ich meine eigene Geschichte erzählen, meine eigenen Lieder schreiben. Und dann habe ich trotz Corona gesagt, ich mache das jetzt und habe Herz auf Unendlich veröffentlicht, was auch so ein bisschen mein Lebensmotto ist, das Herz auf Unendlich zu setzen und das zu machen, was man fühlt und worauf man Lust hat. Und nachher ging es dann direkt weiter quasi mit Zuhause. Das ist ja im weitesten Sinn auch ein Song, der aufstellt, auch zu Hause zu bleiben. Und dass es schön ist, dass man sich auch reinfühlen kann in die Zeit, wo alle viele halt zu Hause bleiben müssen. Ja, definitiv. Deswegen habe ich den halt auch dann im Herbst gebracht, weil wir halt, wie du es jetzt auch gesagt hast, wirklich alle sehr viel zu Hause waren und sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht haben. Ich für meinen Teil kann aber auch sagen, dass ich in dieser Zeit, wo sehr viel eingeschränkt war, festgestellt und gemerkt habe, was und wer für mich im Leben wichtig ist. Und das habe ich in einem Song auch so ein bisschen verpackt. Also egal, wo man auf der Welt ist, egal, wie viel gerade Trubel ist und wie viel passiert, man hat diesen einen Ort, diese eine Gruppe von Menschen, wo man Tag und Nacht hinkommen kann und wo alles ist, wie früher, wie immer, das eigene Zuhause halt. Und nach Zuhause zurückkommen, ich glaube, du bist auch ein bisschen ein Weltenbummler. Definitiv. Also Reisen ist hier ganz, ganz oben angesetzt, bei mir auf der Prioritätenliste. Ist natürlich jetzt auch aufgrund von Corona sehr, sehr kurz gekommen, aber ich meine, wir müssen uns auch dran halten und ich glaube, nur so kommen wir durch die Pandemie durch, wenn wir da alle erstmal wirklich jetzt zu Hause bleiben. Ich freue mich aber schon, wenn ich wieder die Welt bereisen kann und ja, vielleicht auch mal wieder im Bulli durch Australien cruisen kann. Jetzt musst du zu Hause bleiben und hilfst du zu Hause ab und zu und du machst Arbeiten, wie ich da sehe. Ja, da hast du ja gut recherchiert. Das war tatsächlich bei einem Freund, die haben eine Firma, wo die halt so Baustellen und sowas bedienen und viel mit so Steinplatten arbeiten und da habe ich letztens mal spontan so ein Foto gemacht. Und doch, ich helfe aber auch schon zu Hause. Ich glaube, ich bin im Haushalt nicht verkehrt und ja, doch, wird mich schon als guten Hausmann auch bezeichnen. Du schreibst deine Songs, ich habe gesagt, Singer-Songwriter. Siehst du dich eher als Singer-Songwriter oder eher als Schlagersänger? Oder wohin muss man dich tun? Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt, genau, das ist auch eine gute Frage. Also ich habe mich auch schon viel mit dem Thema beschäftigt, so Popmusik, Schlagermusik und ich ordne mich ganz klar im Schlager ein, weil ich Songs schreibe, die man mitsingen kann, mitsingen möchte und die auch irgendwo gute Laune machen. Und ich finde aber trotzdem, dass die modernen Produktionen zwischen Pop und Schlager gar nicht so sehr weit auseinander gehen. Deswegen haben wir auch mal so gesagt, ja, warum bin ich denn eigentlich nicht der Singer-Songwriter im Schlager, der handgemachte Musik macht, die aber trotzdem mitsingbar ist und ja, die typischen Schlager-Melodien hat. Und ich glaube, damit kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren und fühle mich wohl, wenn ich sage, ich bin der Singer-Songwriter im Schlager. Und zwar eben nicht nur für dich, sondern auch für viele andere. Was sind denn da für Künstler, mit denen du zusammenarbeitest? Ja, stimmt. Das sind mittlerweile echt einige geworden und richtig stolz bin ich jetzt auf meine letzte Veröffentlichung, die ich extern quasi habe. Ich habe nämlich beim Album von Maite Kelly mitwirken dürfen, habe da zwei Songs mit drauf, einmal für Gefühle kann man nichts und ich hasse dich, ich liebe dich. Und das macht mich halt unfassbar stolz, dass so eine tolle, grossartige und hochwertige Künstlerin wie Maite Kelly mir da Vertrauen schenkt und mich in den Songwriting-Prozess mit einbezieht. Und ich freue mich auf alles, was dann auch kommt. Dieses Jahr stehen noch eventuell ein paar andere große Namen mit an und ja, ihr dürft alle gespannt sein, ich bin es auch, mindestens genauso sehr wie ihr. Ich muss doch nochmals zurück auf Maite Kelly kommen. Schau mal, was sie mir letztendlich verraten hat. Wir haben auch mit Daniel Giggoglu oder auch Daniel Sommer genau gearbeitet. Und mir ist es natürlich immer wichtig, mein Know-how den jungen Kids weiterzugeben. Aber man braucht zwei Dinge. Ein guter Schüler hat Demut. Und Sebastian und Daniel sind einfach, ich weiß nicht, welche Freude, also wer für uns mehr dankbar ist dafür. Also ich kann nur eine gute Lehrerin oder eine gute Meisterin sein mit so großartigen Schülern. Also ich gebe es zu, manchmal kommen die mit Sätzen, da sage ich, hey, da hast du mich gerade gegen niemand geschrieben. Und das macht mich glücklich. Also der Tag, wo sie bessere Lieder komponieren können ohne mich, ist der Tag, wo ich sehr, 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 sehr glücklich bin. Da sieht man die große Lehrerin. Wahnsinn, aber das ist das, wie Maite wirklich ist. Sie ist wirklich ein herzensguter Mensch. Und ja, also jedes Mal, wenn wir da zusammensitzen und an neuen Songs arbeiten, ist wirklich ein Tag, wo man mit mehr Input aus dieser Session da irgendwie rausgeht. Und ja, ganz, ganz toller Mensch. Und du hast eben noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Du arbeitest mit Sebastian Wur zusammen. Du arbeitest auch mit Tim Peters zusammen. Da seid ihr wie so eine ganze Crew junger Leute, die den Schlag so fast vorwärts bringen irgendwo. Definitiv. Wir sind wirklich ein unfassbar gutes Team. Und wir nennen uns ja auch ein bisschen immer hier Team Düsseldorf, Tim Peters und auch der Paul Falk, der mein Hauptproduzent quasi ist. Wir ergänzen uns da wirklich sehr, sehr gut. Paul kommt eigentlich auch ein bisschen aus der Popmusik, ist jetzt aber auch sehr viel im Schlager unterwegs. Und ich glaube, die Kombination aus dem Ganzen macht es irgendwie. Und ein Riesenvorteil, den wir da einfach haben, ist, dass wir uns halt immer ehrlich die Meinung sagen, uns da immer wirklich sehr gut austauschen können. Und ja, wie du sagst, ich glaube, wir sind jetzt eine Gruppe, die den Schlager ganz weit nach vorne bringen kann und auch bringen will. Und wer weiß, wo wir in ein paar Jahren alle sind. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die Zusammenarbeit, die hört man quasi auch in eurem neuesten Song oder in deinem neuesten Song. Dafür sind Freunde da. Hat das mit dieser Kombination vielleicht auch zu tun? Definitiv. Dafür sind Freunde da. Die Entstehungsgeschichte des Songs ist auch ganz witzig. Ich saß nämlich zusammen mit Sebastian Wurt und Paul Falk. Wie gesagt, das ist alles mein engster Freundeskreis. Saß ich im Garten bei den Eltern von Paul. Und wir haben da wie so oft bei irgendwie einen Wein getrunken, einen schönen Sommerabend letztes Jahr. Und Dieter Falk, der ja auch Produzent ist und Vater von Paul, stand am Grill und hat die Würstchen gegrillt. Und wie es dann der Abend so gebracht hat, waren wir am Ende im Tonstudio. Und dann hat Dieter gesagt, ey Jungs, schreibt doch mal irgendwie eine Nummer über das, was ihr habt, über das, was ihr seid. Und so ist dafür sind Freunde da entstanden. Und ich habe versucht, zusammen mit den beiden dann einfach und Dieter natürlich auch, ja, die Geschichte, die wir erlebt haben und die wir erleben möchten, auch noch in 20 Jahren, schauen wir uns alte Bilder an, da in diesen Song reinzupacken. Und ich bin sehr, sehr happy mit dem Song und bin froh, dass der jetzt auch gut ankommt. Der Vater von Paul Falk, Dieter Falk, ist ja auch kein Unbekannter. Er hat ja irgendwo ganz wichtige Elemente mit bei Tour mitgemacht, hat Musicals geschrieben, hat Oratorien geschrieben, ist ein Musiker mit sehr, sehr breitem Wissen natürlich. Inspiriert das auch oder hat das vor allem den Paul stark inspiriert? Ja, definitiv inspiriert das. Also ich meine, Dieter Falk, den kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, der saß ja auch meiner Popstars Thüri drin und hat wirklich großartige Künstler bearbeitet und auch zusammen mit denen Großes geschaffen. Und ich glaube, es war einfach ein magischer Moment, wo wir da zusammen im Tonstudio waren. Und wir jungen Küken, die alle irgendwo viele crazy Einflüsse irgendwie haben und dann in diesem erfahrenen Dieter Falk, da, ja, es war einfach ein magischer Moment und dafür ist dann, oder dadurch ist dann, dafür sind Freunde da entstanden. Dafür sind Freunde da ist dein aktueller Song, aber du hast es schon angetönt, irgendwann kommt dann wahrscheinlich mal ein ganzes Album. Da sind wir auch ganz fleißig dran an dem Album, also wir haben jetzt auch schon wirklich viele Songs in der Pipeline drin und warten natürlich dann aber auch auf den richtigen Zeitpunkt zum Album zu veröffentlichen, weil gerade als Newcomer ist es halt unfassbar schwierig, da Fuß zu fassen und deswegen arbeite ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter mit Singles und gucke da, dass ich da wirklich viel Aufmerksamkeit bekomme. Und dann wird auf jeden Fall irgendwann der Zeitpunkt da sein, wo ich ein ganzes Album veröffentliche und, ja, dann mehr von meiner eigenen Geschichte erzählen kann. Gibt es denn auch schon geplante oder vorgesehene Auftritte fernsehmäßig, dass wir in der Schweiz vielleicht auch dich mal im Fernsehen zu sehen bekommen? Ja, auch da sind jetzt einige Sachen gerade in Planung. Ich kann leider noch nichts konkret sagen, ich habe noch keine konkreten Daten, aber, ja, ZDF-Fernsehgarten sieht auch ganz gut aus für dieses Jahr. Schlagerspaß mit Andi Borg, schaut auch wieder ganz gut aus, da durfte ich ja auch schon mal auftreten. Und auch immer wieder sonntags sieht auch gut aus, deswegen einfach Ohren und Augen offen halten und nach Daniel Sommer Ausschau halten. Und nach Daniel Sommer Ausschau halten kann man natürlich auch in den Social Media. Du postest recht viel, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, dass Social Media heutzutage sehr, sehr wichtig ist und die Fans und auch die Leute draußen das irgendwo verlangen, aber auch verdient haben, wirklich viel vom Künstler mitzubekommen. Und das versuche ich einfach umzusetzen und, ja, möglichst viel die Leute in meinen Alltag, in meine Musikwelt mit einzubeziehen. Und es macht mir auch unfassbar viel Spaß, da immer viel Feedback zu bekommen. Deswegen, es gehört einfach dazu heutzutage. In der Schweiz warst du da auch schon oder ist das weniger? Zu weit weg? Nee, ich glaube noch nicht mal, dass es zu weit weg ist. Also ich war auch tatsächlich schon mal in der Schweiz wandern. Ich finde es auch unfassbar schön dort. Ich habe auch zwei, drei Leute, zwei, drei Freunde, die dort wohnen, die ich auf jeden Fall auch mal wieder besuchen möchte. Aber ja, wer weiß, vielleicht wäre ich jetzt ohne Corona sogar schon mal irgendwo auch bei euch vorbeigekommen zu einem persönlichen Interview. Hoffe ich natürlich, dass es auch mal irgendwann klappen wird und jetzt einfach hoffen, dass Corona schnell vorbeigeht und dass man dann wieder die Welt bereisen kann und auch in der Schweiz vorbeischauen kann. Wir werden auch bei dir immer wieder vorbeischauen und hoffentlich demnächst vielleicht auch wieder einen neuen Song. Ist da schon was geplant für Sommer oder so? Definitiv. Da sind wir jetzt auch gerade fleißig dran. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf den neuen Song auch schon wieder. Ich kann da noch nicht viel verraten, aber es wird richtig cool, es wird richtig fresh und ja, ich bin gespannt, wie der dann auch wieder ankommt. Da sind wir auch gespannt. Daniel, danke vielmals, dass du Zeit hattest für uns und weiterhin alles Gute. Und ich bin ganz sicher, wir hören und sehen uns irgendwann schon bald wieder mal. Ich bedanke mich auch sehr, dass ich hier wieder eingeladen wurde. Macht immer super viel Spaß mit dir, mit euch und ich freue mich auch auf jedes weitere Zusammenkommen hier, ob es visuell hier online ist oder im echten Leben dann. Danke vielmals und alles Gute und bleibt gesund. Macht's gut. Herr tutt. Vielen Dank.